Servus, da ist euer Peter. Also, passt einmal auf. Maximal ist es so, dass man sich mit einem zweiten Haushalt treffen darf. So, jetzt macht's folgendes. Jetzt geht der her, nimmt einen großen Karton, dann schneidet er Tür rein. Wenn jemand der Terrassen will, schneidet er eine zweite Tür rein. Wenn jemand Fenster machen will und Fenster haben will, dann schneidet er Fenster rein. Dann soll die Frau noch ein paar Blummerkästen draußen hinmalen, aber schöne Blummer, ne, und vor allen Dingen Blummer nehmen wir, die in dieser Jahreszeit noch blühen, ne. Und dann, dann vergesst's nicht, das Namensschild draußen hinzuschreiben an dem Karton. So, dann nimmt er eure Frau, die packt ihr in den Karton, sollt ihr in den Karton mit reinsteigen, dann macht ihr eure Haustür zu, mit seinem Karton seid ihr drin, dann marschiert ihr los zum zweiten Haushalt. So, der zweite Haushalt, der soll einen Karton machen, dass er seine Hütten hat, und dann, dann trefft ihr euch mit dem dritten Haushalt. So, und wenn die Polizei kommt, die können ja gar nichts machen, wisst ihr warum? Weil jeder in seinem eigenen Haushalt noch ist. So einfach. Denkt's ein wenig mit, ne. Also, euer Peter. Servus. Servus. Servus.